Wie der Friedl, der das erste Mal geflogen ist, hat der Stabilisierungsdienst gehabt. Ist das rüber oder hoch genug? Man, der kommt Gräder nach Gräder. Der Schwerpunkt hat dir gepasst. Wenn du die Akku wieder weitergetan hast, schau her, wie ich es ihnen getan habe. Die habe ich unten. Geh her, schau her. Passen Sie so, die fuhren ja ziemlich bündig mit dem ... Ja, deswegen habe ich das Brettleine getan. Na gut. Beim Tiefdecker ist das schwer. Ich glaube, ich kriege die Moten hin. Wenn du meine Stehe, die hebt sie ab. Oh Gott, das wird ... Da wird blieb, du. Wir bringen noch nicht hin zu den Mordungen weiter. Wir fließen, wir gräb wieder, für den Paulchen. Ich weiß nicht, das fliegt jemand, aber das lohnt sich. Das fliegt man sogar. Was ist das? Das ist so ähnlich wie der Mentor zum Fliegen oder wie? Du mal langsam fliegen. So langsam wie geht. So beim Landen, so langsam. Na, wie lustig. Ja, weißt du, ich bin von der Focke, wo ich noch ganz fertig bin. Schau, wie die blinkt, lustig. Du springst ja nix mehr, oder gut? Ich weiß nicht, dass ich die Kultur hier bin. Ich weiß nicht, dass ich für mich könnte. Ich weiß nicht, dass ich mich für mich schmeißen kann. Ich weiß nicht, dass ich das où geht. Krischoffen. Mein. Mein. Jetzt muss ich schon nicht schneller tun. Na ja. Schöne. Schöne. Du hast ein Zelt eingestellt. Er wird jetzt so genug. Du hast ein Zelt eingestellt.